Die Quelle für wahren Wohlstand in diesem Video. Was ist für dich Wohlstand? Wie definierst du Wohlstand? Überleg dir das gerade mal kurz oder vielleicht schreibst du es auf ein Blatt Papier. Was ist für mich Wohlstand? Steht da vielleicht drauf mehr Geld, mehr Erfolg, mehr Immobilien oder noch ein Auto? Was steht bei dir auf diesem Blatt Papier? Oder was kommt dir in den Sinn, wenn ich dich frage, was ist für dich mehr Wohlstand? Und du kennst sicher Menschen, die haben sehr viel Wohlstand. Und die Frage, sind diese Menschen sehr glücklich? Und vielleicht ist es so, vielleicht sind sie sehr glücklich, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht haben sie dann immer noch das Gefühl, es fehlt ihnen etwas. Wenn wir unseren Wohlstand alleine auf materielle Dinge fixieren oder glauben, je mehr materielle Dinge, dass wir haben, desto glücklicher sind wir, dann laufen wir in eine riesengroße Illusion. Es geht um die Quelle für Wohlstand, innerer Wohlstand. Was ist innerer Wohlstand? Und wenn wir inneren Wohlstand haben, dann ziehen wir im Außen gesetzter Resonanz automatisch die Dinge an, die eben unserem inneren Bewusstseinszustand entsprechen. Und die Quelle für Wohlstand ist in dir. Und die heißt, und jetzt zitiere ich Eckart Tolle, Dankbarkeit für den gegenwärtigen Moment und die Fülle des Lebens in diesem Moment, das ist wahrer Wohlstand. Kannst du dankbar sein für diesen Moment? Kannst du jetzt die Fülle des Lebens erkennen, sehen und fühlen? Kannst du das? Wenn du das kannst, dann hast du wahren Wohlstand in dir. Und im Außen zeigt sich ganz automatisch, was in dir steckt. Übe diesen Wohlstand. Das Wichtigste überhaupt. Und dieser Wohlstand, dieser innere Wohlstand macht dich jetzt glücklich. Jetzt. Und das, was im Außen kommt, das passiert dann ganz automatisch. Und es ist eine Zugabe für das, was du im Innen bereits hast. Cool, oder? Einfache Technik, große Wirkung. Hey, alles Gute für dich. Viel Wohlstand, viel Freude und viel Erfolg. Servus.